Dann wollen sie sie gleich mal anhalten. Dann wollen sie mich anhalten? Das wüsste ich aber, ich sag ihnen das wäre eine ganz schlechte Idee. Hör auf und sag. Warum wäre das eine schlechte Idee? Das wäre eine ganz schlechte Idee, sag ich ihnen. Warum wäre das eine schlechte Idee? Hallo Mehmet. Ich soll rechts ranfahren? Können wir den Anus schlürfen? Kannst du vielleicht durchkommen, ihr Arna? Ich werde von drei Motorrad Cops verfolgt auf dem Weg zum Anwesen. Drei Motorrad Cops wollten wir aus Anwesen. Ich fahr weiter einfach. Nee, ich fahr einfach weiter. Die jagen mich mit ihren scheiß Penner Motorrädern. Die tasern mich vom Motorrad aus. Uff. Uff. Ich fahr einfach weiter. Ich fahr einfach weiter. Ich fahr einfach weiter.